Und damit willkommen wieder zurück bei Das Analyse & Tale, der Platin-Run von mir. Beim letzten Mal sind wir ja genau hier lang gelatscht, zu der ersten Begegnung mit den Wölfen. Ja gut, müssen wir halt das nochmal kurz angucken, kann ich anscheinend nicht überspringen. Schwarzmoorberge, genau. Und ja, dann schauen wir uns einfach mal, dass wir jetzt diesmal hier weiterkommen, ohne dass ich krepiere. Tja, ne? Tja, so will ich dazu, nehmen wir halt mal so ein paar Hühnchen hier. Ei, ei, ei. So. Ach, der wird immer noch. So, aber da war ja noch einer, ne? Oder ist der, ne, der ist hier runtergejumpt. Gut, dann nicht. Dann ist mir das auch egal, ich weiß nicht, das ist aber nochmal eins. Von Hühnchen kennen. Höp. Alles klar. Hier hoch würde es dann gehen. Okay, Schatz. Ne, den machen wir in dem Fall auch nicht auf. Wie gesagt, hier muss ich erstmal noch die Schlüsselchen aufheben. Für die Freunde. Alter, da mache ich scheiß viel aus hier, ne? Höp. Oh, lol. Jut, da haben wir mal was. Unheimliche Biegung. Wat? Äh. Äh, okay. Alles klar. Gut, da komme ich jetzt hier so auch nicht hoch. Hm, schade. Ich mag die Siebel wieder nicht. Wollte ich auch mal nicht hier über diese Scheiß wieder aushalten. So. Eieiei, ihr Schnellsau, die Sau. Eieiei, ihr Schnellsau. Joht. Der ist weg. Hä? Genau. So sind wir jetzt hier. Genau. Ich gehe so rum, wo ein Laden. Sehr natürlich. Genau. Wow, was war da? Ja, schrei. Ja, ne? So ne Lawine auslösen kommt immer gut. Äh. Hö? Ach loi. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal der Laden. Jopp, hat er wohl. Oh, great traitor. hat er die auch getötet oder töten lassen oder verraten ja immer so haben wir jetzt irgendwas neues was er nicht kennt nö wohl nicht schade ne dann habe ich vor allem das gleiche hier schade ich bricht auf die eine quest immer noch so komische hier ein speer oder sowas na ja gut eiscreme halt verbrennungen ja in dem hot dogs oder an dem moment ich habe ja hier noch teleporter stein hier war noch mal zwei erst mal das steiner wieder wird 8000 da habe ich erst mal hier was zum futtern so immer einfach mal 7 von den hier so und dann schauen wir uns mal gerade mal hier da rein was wir dann noch haben schlechter da ist die verteidigung bei weitem höher 15.000 ja ok das ist natürlich nice ne von 338 auf 538 5000 da kommt das machen wir jetzt auch oder nicht scheiße gut kein wunder das ist so günstig 5 schädel ein so komisches schleimding äh wo ich mal so nennen die hier kosten ups da nein da was ist denn jetzt da ach jetzt spinnt das wieder rum hier so nochmal so einmal davon das kostet 100 hier holen wir noch mal 1.000 nee dann machen wir das doch später so passt naja und vielleicht habe ich auch Glück äh Glück und es droppt das wäre natürlich auch nicht verkehrt höh hör auf sie brennen hört der weg hier scheint auch zu stimmen ok die explodieren nur schneller wie die alten also die bekannten die gelben so hop hop ich glaube ich habe jetzt gerade so eine Speerspitze bekommen aber beim nächsten Mal im Shop muss ich mal dran denken dass es wieder katalogisiert damit wir die restlichen Items kaufen können für den Fail da die Quest ÖÖ Scheiße naja dann springen wir alle runter oh shit da habe ich jetzt fast gar nicht gesehen so genau hier müssen wir hin ja jaja ich glaube ich will nicht mehr angriff oder so hat wird Prozent dort nach oben ist morgen wie praktisch aber ich brauche immer noch auch noch eine fähigkeit irgendwo her ach guck mal hier da ist die fähigkeit wer da was ist glatt das war ein Boss gehalten aber irgendwie ich hab keine Ahnung sieht das Video nicht wirklich aus wie ein Boss weil... ne? macht ja nichts Hä? okay okay so doppelsprung verfügbar nice genau da haben wir ja ahja naja so toll ist er jetzt auch nicht ne aber immerhin auch nicht so verkehrt speichern ganz wichtig aha alle klar Schlüssel sehr schön aha dass hier wieder was einstürzt öpp 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 noch ein Schüssel wunderbar jetzt haben wir hier den Schatz gecleart hier öpp 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 Angel Wings ha he 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 ja cool und level up ähm ach komm jetzt wirst das ist eine upgrade hier können wir auch noch holen auf 1126 live das Schlüssel müssen wir auch noch holen naja das wird ein double chummel schon wesentlich angenehmer so okay hier gibt es aber immer noch was hier nicht alles klar dann müssen wir da landen wo ist den Schlüssel da haben wir auch wo haben wir jetzt der nochmal her kam okay ja da ist der Schatz aber nähe gut da nehme ich da nicht hin bei dem war ich nicht weil ich die immer noch kurz ab ah beziehungsweise müssen wir jetzt nach links und dann nach oben ah nein au scheiße ha hä 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 he 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 sehr nice 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 wir sind hier nach oben oh shit oh nein wieder der falsche akku genommen macht aber nichts für das bisschen jetzt noch aus was was ist was ist wie schon Paranoia hier Moment achso wir nehmen wir haben es ist auch hier in der höchst jetzt nicht so ist noch wieder hoch ach so gut ja wenn du brauchst du ja eine Lamine auslösen oder sowas jup ne hehehe ach geht schon ist es? Very well. Let's do this thing. Okay. Yep. That is ridiculous. I'm perfectly, perfectly... Achoo! Geil. Gut. Ja, wir müssen noch mehr Pfeile zerstören. Was ist denn jetzt wieder? Na toll. Eisregen. Au. Ei, ei, ei. Äh... Hä? Ach, da hoch. Alles klar. LOL! Okay. Also da rein schafft es auch nicht, ob ich gerade hier die beste Idee. Äh... Hm. Na ja, gut. Dann höre ich auch nochmal an dieser Stelle auf. Ich sage natürlich wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal geht es hier jetzt weiter in Richtung, äh, die Lawine auslösen, damit wir hier weiterkommen können. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, ne? Habe ich glaube ich schon mal gesagt. Egal. Ich wünsche euch was. Haut rein. Servus. Und ciao. Ciao.